ein herzliches hallo heute aus paris bonjour et allo mesdames et messieurs de paris wir sind hier beim vallejo media day und heute geht es ausschließlich um das thema autonomes fahren autonomes fahren ist vor dieser historischen kulisse natürlich besonders attraktiv denn die straße auf der wir hier lang laufen da fuhren früher schon kutschen lang heute autos die auch ohne fahrer fahren könnten allerdings sitzt der fahrer trotz allem immer noch hinter dem lenkrad und rechtlichen gründen er könnte allerdings auch aussteigen das auto wurde trotzdem gut ankommen dann probieren wir das doch mal aus oder wie sie war merci ich sag ja immer sarah heckscheiben und völlig überschätzt da brennt die sonne rauf bleicht den teppich aus es wird warm im nacken die könnte man auch weglassen oder unangenehm die lassen wir doch jetzt auch mal weg aber was ist eine testfahrt eine testfahrt aber was macht man denn dann kann man nicht nach hinten raus gucken ohne heckscheibe man bräuchte eine kamera hey hey total verrückt die gibt es ja auch noch genau kein rückspiegel mehr meine damen und herren sondern die kamera die nach hinten kommt der rückspiegel ist hier zwar noch installiert aber direkt davor ist ein display und ersetzt quasi den rückspiegel man kann ihn auch nicht sehen als fahrer also bedeutet diese displays hier können später angebracht werden wie man eben selber möchte also es gab wohl auch schon hier varianten muss an der autotüre war hier in dem fall ist es jetzt eben links rechts und in der mitte angebracht schicke sache wollen wir mal ausprobieren ja natürlich besonders schick fürs einparken anbieter oder also die rückfahrkamera geht dann wie bei allen anderen autos aus sieht man da da ist jetzt wieder ein navi drin aber die anderen schirme und die anderen displays bleiben eben mit dem bild von anwalt slowly for the camera it's easier andreas das setzt so ein bisschen mein menschliches auge hier diese kameras sollen quasi auch für mich ums auto rum schauen das passiert dann jetzt zum beispiel nebel ist oder so ist dann auch die kamera aufgeschmissen genauso wie mein auge aufgeschmissen ist also sagen fünf jahre dauert es noch dann kann es in die serie eingeflossen sein ein system was eben radartechnologie nutzt um durch den nebel durchzusehen aber nicht dass das dann nachher so ablenkt wenn man fahren will oder so ein bisschen kommt es mir schon so vor du sollst ja nicht lindenstraße gucken sondern du sollst ja darauf achten dass ja wenn sich da ja alles bewegt ja aber das ist bei einem normalen rückspiegel auch aber ich finde sich auch alles relativ zum auto aber da ist es so präsent hier also hier ich habe so viele kameras rückspiegel weiß ich nicht benutzen die kamera ist ja nur die die rückfahrkamera die da oben ist da wo normalerweise der rückspiegel ist und die beiden anderen sind da wo normalerweise der außenspiegel ist also du hast keine zusätzliche information sondern nur eine bessere information das spiel gut das wär's dann ja okay dann ist das zweite was ich mir gemerkt habe aus dem französisch aus dem französisch